Das ist eine Tour mit Startpunkt Davos. Über den Strela Pass, Turana Pass wieder zurück auf Davos. Das war eine Hammer Tour. Mega abwechselnd. Das Video ist ein bisschen lang und es ist nicht dazu gedacht, dass man das jetzt an einem Stück anschaut. Sondern, dass wenn man die Tour fahren möchte, dass man ein bisschen schauen kann, was einen erwartet. Nach einem Real Life Video geht es los mit dem einzelnen Abschnitt. Denn sieht gleich aus! oo K Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020